Die Nachfrage nach energieeffizienten Holzbauten ist nach wie vor gross. Parallel zur Nachhaltigkeit bietet Digitalisierung grosse Chancen, und zwar über den gesamten Bauprozess. Diese Entwicklung wollen wir mitgestalten und investieren, auch in die digitale Zukunft, verbunden mit der Kompetenz des Handwerks. Die Nachfrage nach energieeffizienten Holzbauten ist nach wie vor der Herbst.